Warum es jetzt gerade gar nicht mal so schlecht aussieht für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin und vor allem, was es hier mit diesem Pattern auf sich hat und natürlich auch, was es mit der Bitcoin-Dominanz auf sich hat, all diese Informationen in diesem Video. Wir werden natürlich über all diese Details sprechen, damit ihr dann bestmöglich über alle möglichen Ereignisse, die möglicherweise noch bevorstehen, informiert seid. Dann würde ich sagen, lass uns hier einmal direkt loslegen. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Kero und ich begrüße dich herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Update-Video. Am Anfang des Videos wäre es schon mal extrem hilfreich, wenn du diesem Video direkt jetzt schon mal einen Daumen nach oben dalassen würdest und natürlich auch, wenn du neu bist auf meinem Channel, lass schon mal gerne ein Abo da. So bleibst du immer up-to-date, erhältst alle Informationen von mir, die du brauchst, um erfolgreich auf diesem Markt zu existieren und dann würde ich sagen, lass uns hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin. 4-Stunden-Chart. Leute, ein solches Symmetrical Triangle ist ja in der Tat ein Continuation-Pattern. Das bedeutet, jetzt gerade die Wahrscheinlichkeit, aus diesem Pattern nach oben ausbrechen zu können, sind gar nicht mal so gering. Vor allem, wenn wir gleich auch nochmal über die Bitcoin-Dominanz sprechen, sehen wir dann natürlich auch, dass die Chancen noch viel besser stehen, als wir es hier möglicherweise jetzt gerade in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart lediglich erkennen können. Aber lasst uns erst einmal darüber sprechen, was hier gerade eigentlich vor sich geht. Erst einmal dieses symmetrische Dreieck. Wir haben hier einige Berührungspunkte gehabt mit der Support-Linie, aber auch mit der Widerstands-Linie. Bis jetzt sind wir weder nach oben noch nach unten ausgebrochen und es bleibt natürlich weiterhin spannend. Um nach oben ausbrechen zu können, brauchen wir aktuell ein Preisziel von den etwa 29.800 bis 29.900 Dollar. Und ihr wisst es, über diesen Widerstand hatten wir bereits einige Male gesprochen und wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, diesen Widerstand nachhaltig zu durchbrechen. Aber möglicherweise könnte es jetzt sehr bald so sein, dass der Bitcoin-Preis dann über diesen Widerstand ausbricht und wir dann noch weiter nach oben gehen können. Aber natürlich sollten wir uns noch nicht zu sicher sein, noch nicht sollten wir davon ausgehen, dass es tatsächlich so kommen wird. Denn wir haben hier auch bereits einige Male den Support angetestet und zwar hier an dieser Stelle, an dieser Stelle und hier bereits an dieser Stelle waren wir beim Support. Und das bedeutet natürlich auch, umso öfter ein Support angetestet wird, desto wahrscheinlicher wird das dann auch, beziehungsweise desto höher das Risiko dann auch, dass wir unter diesem Support oder je nachdem über diesen Widerstand ausbrechen. Jetzt erst einmal sieht es tatsächlich eher bullisch als bärisch aus, aber alleine aus dem Grund, weil wir hier aktuell näher zu dem Widerstand stehen, als dass wir zu dem Support stehen. Der Support liegt aktuell bei in etwa 27.400 Dollar. Das bedeutet unter die 27.400 Dollar sollten wir auf keinen Fall rutschen, denn ansonsten sieht es nicht gut aus für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Aber wenn wir auch hier einmal über unseren RSI-Indikator sprechen, Leute ihr wisst es, der RSI-Indikator darf natürlich nicht zu hoch sein und er darf natürlich auch nicht zu tief sein. Deshalb sehen wir jetzt hier gerade tatsächlich durchaus noch eine Chance darauf, dass unser RSI-Indikator dann letztendlich auch nach oben geht und sozusagen dann auch den Preis mit nach oben zieht. Aber spätestens bei in etwa 76, 75 bei einem Niveau von 75 ungefähr RSI-Niveau sieht es dann natürlich auch wieder andersherum aus. Dann kann es natürlich auch wieder passieren, dass wir dort rejected werden und dann letztendlich mit dem Preis wieder nach unten gehen, wie es hier bereits einmal passiert ist. Hier einige Male passiert ist und auch hier bereits in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert ist. Also, das ist das zu dem Bitcoin-4-Stunden-Chart, aber wie gesagt, der Bitcoin-Dominanz-Chart sagt uns aktuell auch etwas eher Bullisches aus. Ihr wisst ja natürlich auch, Bitcoin-Dominanz, das zeugt von Stärke für den Bitcoin und umso öfter bzw. umso höher die Bitcoin-Dominanz ist, im Endeffekt desto wahrscheinlicher wird es dann auch, dass der Bitcoin-Preis nach oben ziehen kann. Und jetzt haben wir gerade in diesem Moment einen sehr, sehr wichtigen Widerstand in unserem Bitcoin-Dominanz-Chart durchbrochen. Jetzt wird es allerdings wichtig werden, dass wir nicht nur darüber sind, sondern auch diesen aktuell noch laufenden Bitcoin-Monat, sage ich mal, diesen Monats-Chart oberhalb von dieser gelben Linie abschließen. Dann wird es tatsächlich sehr, sehr bullisch werden für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die Altcoins zwar etwas weiter nach hinten gehen werden, da die Dominanz sozusagen auf Bitcoin verteilt wird, im Endeffekt dann sozusagen halt die Altcoins darunter leiden werden. Aber wenn ihr aktuell mehr in Bitcoin investiert seid als in Altcoins, ist es gar nicht mal so schlecht für diejenigen. Für die anderen kann es zumindest kurzfristig passieren, dass die Altcoins noch weiter etwas schwächeln werden, bevor die dann noch einmal nachziehen und sozusagen dem Bitcoin es gleich tun. Aber in der Regel ist es ja so, dass erst der Bitcoin pumpt, der Bitcoin geht danach etwas nach unten und danach pumpen die Altcoins. So ist es in der Regel natürlich keine Garantie auch dafür. Aber wenn wir hier die 48% ungefähr in unserem Bitcoin-Dominanz-Chart hinter uns lassen können, sieht es nicht allzu schlecht aus für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Und dann wird es natürlich auch weiterhin sehr, sehr wichtig sein, dass wir hier in unserem Bitcoin-Monats-Chart diese gelb gestrichelte Linie, das bedeutet die 30.000 Dollar nachhaltig durchbrechen können. Dann wären wir wieder hier in dieser Struktur drin, die wir ja bereits einige Monate hatten. Dann wird es auch sehr, sehr spannend werden für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Ansonsten Leute, wenn euch das ganze Thema Trading aktuell zu Kopf steigt und ihr nicht wisst, wie ihr die Trade setzen sollt, gerne auch hier in meine Crypto-Kero-VIP-Gruppe reinkommen, komplett kostenlos einmal dieses Dokument hier ausfüllen, in der Videobeschreibung diesen Link anklicken. Innerhalb von 15 Sekunden habt ihr das Dokument ausgefüllt und dann seid ihr ein Teil der Crypto-Kero-VIP-Gruppe, so wie es bereits einige hundert Leute sind und auch in der Vergangenheit sehr viele Profite gemacht haben. Auch in der Zukunft könnt ihr natürlich daran teilhaben, komplett kostenlos hier meine Trades mitzumachen in Real-Time. Wenn ich Trades mache, poste ich die als erstes in die Crypto-Kero-VIP-Gruppe rein. Und dann würde ich sagen, ansonsten darüber hinaus habt ihr natürlich noch hier die Möglichkeit, in meine Telegram-Channels komplett kostenlos einzutreten. In der Diskussions-Channel, wo jeder reinschreiben kann, wo auch bereits einige hundert Leute drin sind und natürlich auch mein Telegram-TA-Channel, wo ich alle Alerts reinposte, wo ihr dann natürlich jederzeit up-to-date bleibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, euer Crypto-Kero. Magdalene